Willkommen zurück zu den Arbeiter in Folge von Let's By Batman Arkham Knight, 100% weit fließen bei den Stealthkarten, Harley Quinn spielt die bei Tödel. Spure zweimal einen Vorsprung aus Schaden aus, schaltet drei Gegner im Lachgras aus, erschreckt vier Gegner mit Harley. Say what? Was für ein schicke Schicksal, wie? Mach mal Vorsprung aus Schaden, halt so. Verzeihung! Mal sehen, ob er okay ist. Wo ist er? Hier drüben. Ich folge dir. Ich will das probieren. Was war das? Gut. Lautes Ausschalten hätten wir schon. Hey! Vier Gegner als Harley erschrecken. Das könnten wir so machen. Das war noch gar nichts. Und dann nur Lachgras. Hey! Nee, das ist nichts. Das ist nichts. Pfff. Simulation fehlgeschlagen. Simulation aktiviert. Und tschüss. Hey, wieso? Wer hat mich eigentlich gesehen? Dann kommt halt her, ihr Schisser, ne? Willst du dich wohl bei mir verstecken, was? Sprich mir nach! Was ist das? Ich werde nicht über Mr. J spotten! Ich werde waiting. Okay. Ich werde nicht überhças. Mach mal ein cerc- Fisch. Din Das war krass, das dauert gar nicht lang genug an ey. Oh, ich krieg diese Herausforderung nicht total ey, das ist ja schlimm. Die ist einfach nicht vorstandslos im Vergleich zu Joker. Die ist nur schrill und laut. Was vielleicht auch mal eine willkommene Anwechslung sein kann, aber Ali ist nicht erschreckend. Was war das? Was? Ich muss echt mal schauen, ob ich es vielleicht so besser hinkriege. Mal gucken, ob daraufhin die Art sein Missfallen zu zeigen. Mal gucken, ob darauf jemand reagiert. Wenn ihr mich enttäuscht, enttäuscht ihr auch. Das geht? Ich will probieren. Der hat eine sehr spezielle Art, seinen Missfallen zu zeigen. Das waren doch drei Gegner im Lachgas. Warum zählte das nicht? Hm. Na gut. Die lassen sich aber gar nicht erschrecken, die Typen. Simulation aktiviert. So, komm mit. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich muss den Chaosmus abzuwählen und dann mit dem Lachcasters machen. Wir drücken. Ich stecke dich. Na komm. Ich arme über 3000. Nö. Ja. Und der hat eine sehr spezielle Art, sein Missfallen zu zeigen. Ja, lass du mal los. Was ist denn das? Das ist echt voll schwer. Ich hab. Wo ist der? Hier drinnen. Willst du dich wohl von mir verstecken, was? Hallo? Hallo? Wenn die hängen bleibt, dann kann ich auch nichts machen. Ich hab eine Idee. Da lebt noch eins. So. Klappt alles nicht. Ich weiß nicht, dass diese Vorhaben-Taktik aufnimmt. Ich muss mich hier dieser Chaos zeigen. Sie geht mir nicht auf! Ciao, du Trottel! Oh Gott! Ziel bewegt dich! Ich brauche Hilfe! Oh! Was war das? Was zum... Hallo, 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 hallo! Ich häng schon wieder überall fest. Ich kann das echt nicht, diese Map. Ich hab so einen Typen gesehen, der hat das so richtig krass gemacht. Wenn ihr mich enttäuscht, enttäuscht ihr auch Scarecrow. Und er hat eine sehr spezielle Art, seinen Mistfall zu zeigen. Nein. Aber den hab ich auch noch, äh, gesehen. Hey, keiner von denen ist Lachgas gegangen, was zum Teufel? Oh, shit. Schmeiß doch das Lachgas. Ich krieg das mit dem Erschreck nicht hin. Simulation fehlgeschlagen. Simulation aktiviert. Das glaube ich bei meiner alten Taktik. Jetzt da ich weiß, dass man das hier nicht gleichzeitig machen muss, geht es ja. So, jetzt vom Vorsprung erscheinen habe ich den Glück jetzt erstes. Los du Houdini, geh weiter. Oh, was? Nein, 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 nein. Wann werde ich hinten mehr gesehen? Das macht dazu keinen Spaß. Man hat ja selbst bei Hitman mehr Chance. Okay, wir haben sie verloren. Gründlich weiter suchen. Wenn ihr mich enttäuscht, enttäuscht ihr aufs Gercro. Und er hat eine sehr spezielle Art, sein Missfallen zu zeigen. Finde ich gut, dass du herkommst. Zu wandeln ist nichts! Hallo, 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 hallo. Ja, weil sie nicht hochklettert, wo sie hochklettern sollte. Gegner schritten. Okay. Rahm. Ich bin heute noch zu klein. Komm. Das war die Nase. Ich habe mich nah. Hey, jedes Mal, jedes Mal kassier ich einen Schuss. Jetzt haben wir noch vier Gegner, jetzt muss ich erst noch alle erschrecken. Hier können wir ja eigentlich auch so erscheinen. Hört euch meine Musik an! Wir haben ihn gehört! Wir haben ihn gehört! Wer weiß das? Oh ne! Okay, wir haben ihn verloren! Und drückt mich weiter suchen! Oh, was hab ich getan? Oh ne! Zeig dir Zappbarkeit, keine Furcht! Ich bin okay! Ja, ja, ich auch! Ich bin okay, ich bin okay! Ich meine Musik an Oh shit, was hab ich getan? Ich wollte das Lachgast schmeißen Oh shit, was hab ich getan? Ich wollte das Lachgast schmeißen Hey, wieso hat er sich nicht erschrocken? Ich kann das nicht Ich kann diese Scheißbette nicht Ich frage mich, ob das auch zählt Ich versuche das jetzt mal zu kombinieren ein bisschen Was war das? Was ist das? Was ist das? Wenn ihr mich enttäuscht, enttäuscht die Hochsleerkloch Und er hat eine sehr spezielle Art Sein Missfallen zu zeigen Von solchen Tagen hat der Joker immer gewarnt Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Okay Schmeiß doch das Lachgast Was ist das? Häm... Ich check es einfach nicht Ich hab jetzt drei L-Shocken aber ne? Was ist das? Sönen der Mist Okay, wir haben sie verloren. Geh uns nicht weiter suchen. Wie soll ich den Lachgasappus jetzt sagen? Das würde bedeuten, einer hätte mich gesehen. Nein, nein. Ich will meine Frage. Halli, können Sie uns wieder Ruhe geben? Vielen Dank. Mann am Boden, ich sehe nach. Wo? Hier drüben. Ich stehe wache. Wir können nichts für ihn tun. Wir verteilen uns um den Brachen. Ich kann es echt nicht, ne? Wow. Das hat mal geklappt. Jetzt würde ich gerne überleben, um die Typen fertig zu erschrecken. Drei sind es ja noch. Könnte jemand in den Krieg? Ich stehe jetzt in den Zeit. Ziel, beweg dich. Ich brauche Hilfe. Könnte jemand in den Krieg? Ich hätte dich niemals behelten sollen. Uh, da lebt noch eins. Dafür wurde die ausgewählte Transentration. Fehlt da nur noch das Mitüberschrecken, gell? Ich hoffe, das zählt jetzt, die zwei da noch. Nein, 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 nein also die ist schlagbar sind